Was geht ab Leute, ich bin mal wieder mit einem weiteren Video für euch am Start. Ich hoffe euch geht's gut und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du als Anfänger richtig schnell viel Geld in GTA 5 Online machen kannst. Und Leute, dafür braucht ihr heute wirklich keine Basis, ihr braucht keinen MOC, keinen Avenger. Ihr braucht nicht mal so ein Billow Apartment. Okay, in meinem Fall habe ich hier kein Billow Apartment, um genau zu sein. Ist das hier das teuerste Apartment? Okay. Aber nein Leute, ihr braucht heute wirklich gar nichts, ihr braucht nicht mal ein Auto oder so. Denn viele haben sich halt gewünscht, dass ich halt so ein Video rausbringe, wo ich halt zeige, wie man am besten Geld macht als kompletter Anfänger, wo ihr halt gar kein Geld habt Leute, wo ihr richtig Billow unterwegs seid. Deswegen habe ich heute in diesem Video einfach mal eine Methode für euch, wo ihr als richtiger Anfänger, also ein richtiger Billow, wirklich richtig viel Geld machen kannst Leute. Deswegen kannst du mir für dieses Video einfach mal ein Like da lassen, falls es dir gefällt. Also schau dir dieses Video einfach mal bis zum Schluss an und dann kannst du mein Video gerne auch bewerten. Okay Leute, aber dieser Glitch funktioniert auf jeden Fall auf allen Konsolen, beziehungsweise eher diese Geldmethode. Und Leute, das Ganze funktioniert wirklich auf der Playstation 4. Auf der Xbox One und sogar auch auf dem PC. Also auf jeden Fall eine richtig heftige Sache. Und deswegen Leute, schickt dir dieses Video an alle deinen Freunden, damit die auch von dieser Methode hier Bescheid wissen. Müsst ihr natürlich nicht, aber wäre eine freshe Sache. Und ja Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, ihr kennt ihn. Bei jedem Video grüße ich den ersten, der im letzten Video halt als allererstes Hashtag lokeraktiv in die Kommentare geschrieben hat. Und das war im letzten Video halt der Check Chai. Also fühle ich auf jeden Fall gegrüßt. Und in einem meiner letzten Videos war der Antistress der Erste. Den habe ich vergessen zu grüßen. Aber ich bin auch nur ein Mensch Leute, kann mal passieren. Aber Leute, er war auch in einem meiner letzten Videos der Erste, der das Video halt mit Hashtag lokeraktiv kommentiert hat. Also fühle ich auf jeden Fall auch gegrüßt. So und wenn ihr auch im nächsten Video der Erste sein wollt, der halt gegrüßt wird, dann müsst ihr halt wie gesagt der Erste in den Kommentaren sein, der Hashtag lokeraktiv in die Kommentare schreibt. Also viel Glück Leute. Aber ich würde mal sagen, starten wir mal mit dem heutigen Video. Okay Leute, für diese Methode brauchen wir wie gesagt gar nichts. Ihr braucht keinen im Bunker MOC oder sonstiges. Und deswegen können wir auch mal direkt mit der heutigen Methode hier starten. Und zwar hat das Ganze hier mit der aktuellen Eventwoche zu tun. Denn dort haben wir auf jeden Fall momentan auf dem neuesten Gegner-Modus doppeltes Geld und Doppeltherapie. Und um den geht es auch in dieser Woche. Da haben wir auf jeden Fall eine richtig fette Geldmethode, die ihr als Anfänger machen könnt. Fortgeschrittene Spieler können den auch machen. Aber als Anfänger bringt das auf jeden Fall richtig viel Geld, Leute. Aber als fortgeschrittener Spieler auch. Also das können auf jeden Fall die mittleren Spieler unter euch auch machen. Okay und was machen wir dafür? So ihr wisst ja auf dem neuesten Gegner-Modus gibt es ja momentan doppeltes Geld und Doppeltherapie. Und das nicht nur bis heute bis zum Montag, sondern auch bis nächste Woche Montag. Denn in den letzten Wochen war es halt so der Fall, dass wir halt bei der neuesten Eventwoche einen neuen Gegner-Modus bekommen haben. Und dort dann doppeltes Geld und Doppeltherapie. Und dieser Geld- und AP-Buni wurde halt immer verlängert. Also das heißt, wir hatten diese Bonis halt nicht nur für eine Woche, sondern halt für zwei Wochen. Wir hatten das am Anfang halt für eine Woche wie in dieser Woche. Aber das Ganze wurde so verlängert, dass wir das eine Woche länger hatten. Und zwar dann für zwei Wochen. Und das wird in dieser Woche wieder der Fall sein. Also eigentlich hätten wir nur noch bis heute doppeltes Geld und Doppeltherapie auf diesen Gegner-Modus. Aber das wird sich zu 99,9% auf nächste Woche Montag verlängern. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, dass ich euch diese krasse Geld-Methode einfach mal zeige. Da ihr das Ganze noch für eine Woche machen könnt. Also auf jeden Fall eine richtig freshe Sache. So, aber was müssen wir jetzt dafür tun? Wir müssen uns zuallererst in einer Lobby befinden, Leute. Und das am besten in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Da das Ganze dann dort am besten funktioniert, damit wir auch mehr Geld bekommen. Weil wir können dann im Gegner-Modus das Ganze auf sieben Runden einstellen und nicht auf vier Runden. Und deswegen solltet ihr euch in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung befinden. Okay, seid ihr nun in so einer Sitzung, dann müsst ihr einfach mal folgendes tun. Und zwar drückt ihr nun die Options-Taste oder beziehungsweise halt die Start-Taste. Habt ihr das gemacht, dann geht ihr auf Online. Und dann einfach mal auf Spielelisten. So Freunde, nun wisst ihr glaube ich was kommt. Wir gehen auf Spieleliste erstellen. Und dann gehen wir hier einfach mal auf Mission hinzufügen. Denn hier sehen wir viele verschiedene Sachen. Aber wir müssen einfach mal auf Mission hinzufügen gehen. Da dort halt die ganzen Gegner-Modi sind. Okay, und wenn wir dann hier sind, seht ihr auf jeden Fall richtig viele verschiedene Gegner-Modi. Und wir suchen einfach mal den neuesten Gegner-Modus. Wo wir halt momentan doppeltes Geld und Doppel-TRP haben. Und dieser heißt dann Hardest Target. Und darauf haben wir wie gesagt doppeltes Geld und Doppel-TRP. Und das könnt ihr auch oben rechts am Bild sehen. Also wirklich ganz leicht das Ganze zu finden. Ihr müsst das Ganze nicht mal am Namen suchen. Sondern einfach mal am Bild. Denn dort steht auf jeden Fall ganz fett doppeltes Geld und Doppel-TRP. Okay Leute, und das suchen wir jetzt ganze Zeit bis wir alle gefunden haben. Denn wir müssen einfach mal, wenn wir das Ganze gefunden haben. Einfach mal das Ganze bestätigen. Damit wir diesen Modus in die Spieleliste halt hinzufügen. Und das machen wir halt mit allen sieben Gegner-Modus. Wo wir halt momentan doppeltes Geld und Doppel-TRP haben. Und ja, das kann ein bisschen nerven. Dauert ein bisschen lange. Aber ihr müsst das Ganze nur einmal machen. Und danach könnt ihr mit dieser Methode wirklich ganze Zeit richtig schnell viel Geld machen, Leute. Habt nämlich noch für eine Woche lang die Chance, richtig viel Geld zu machen. Damit ihr euch eine Basis kaufen könnt. Denn falls ihr genug Geld für eine Basis habt, dann kauft euch unbedingt eine Basis. Keinen Büro, keinen Motorradkipp oder sonstiges. Auch keinen Bunker, Leute. Kauft euch zuallererst eine Basis. Denn dort gibt es momentan die besten Money-Glitches. Ihr solltet euch eh immer die neuesten Sachen kaufen. Und das ist halt in dem Moment die Basis. Und darauf gibt es ja täglich neue Glitches, Leute. Da werden es immer weiter Glitches kommen. Also momentan sieht es auf jeden Fall da gut aus, dass wir da immer weiter Glitches bekommen. Deswegen holt euch am Anfang direkt eine Basis. Damit ihr dann einfach mal die großen Unlimited Money Glitches machen könnt. Beziehungsweise auch Solo Unlimited Money Glitches. Dort gibt es auf jeden Fall richtig viel am Start. Deswegen holt euch zuallererst, wie gesagt, eine Basis. Damit ihr dann später in wenigen Minuten wirklich immer eine Million in GTA-Dollar machen könnt. Denn momentan gibt es auf jeden Fall Glitches. Wo ihr in zwei bis drei Minuten einfach mal eine Million in GTA-Dollar macht. Also auf jeden Fall, Leute, eine richtig heftige Sache. Okay, aber ich bin jetzt auf jeden Fall fertig. Ich habe jetzt alle Gegner-Modi, also alle, wo es momentan doppeltes Geld und doppelt HP gibt, zu meiner Spielliste hinzugefügt. Und hier musste ich auf jeden Fall nun einen Namen eingeben. Dort könnt ihr einfach mal irgendwas nehmen. Wie zum Beispiel AFK Money für Billus. Aska. Aber nein, Leute. Spaß beiseite. Ihr könnt das Ganze auf jeden Fall so nennen, wie ihr wollt. Ich habe das Ganze AFK Money genannt. Damit auch alle Bescheid wissen, dass man hier AFK sein soll. Denn bei dieser Gate-Modi gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt. Und deswegen zeige ich euch in diesem Video alle verschiedenen Methoden. Aber nehmt das am besten irgendwas mit AFK, damit auch alle AFK sind. So, Leute, aber ich bin jetzt auf jeden Fall fertig. Ich habe die Spielliste fertig. Und nun muss ich auf jeden Fall Folgendes tun. Also ihr seht hier gerade, ich bin hier in meinem Apartment. Ganz alleine in der Lobby. Also in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Damit ich später das Ganze auch auf sieben Runden stellen kann. Und das solltet ihr auch machen. Deswegen startet einfach mal eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Damit das Ganze auch klappt. So, Leute, aber nun müsste ich auf jeden Fall die Start-Taste drücken. Dann gehe ich auf Spiegelisten. Und hier muss ich auf jeden Fall auf meine Spiegelisten gehen. Und dann einfach mal meine Spiegeliste auswählen, die ich gerade eben erstellt habe. Also AFK Money. Wo halt die Gegner-Modis drin sind. Wo es momentan doppeltes Geld und doppelt TRP gibt. Also ganz easy, Leute. Diese Geld-Methode kann jeder Bob von euch machen. Also Leute, das Ganze ist wirklich richtig easy. So, aber ich bin hier auf jeden Fall jetzt im Job-Menü angekommen. Und nun muss ich das Ganze, wie gesagt, auf sieben Runden stellen. Also von zwei Runden einfach mal auf sieben Runden. Und das könnt ihr, wie gesagt, nur machen, wenn ihr das Ganze von einer privaten Lobby gestartet habt. So, okay. Aber ihr seht hier gerade, ich habe jetzt hier ein paar Spieler zum Spiel hinzugefügt, Leute. Also eingeladen. Und ihr müsst das Ganze leider mit vier Spielern machen. Und das heißt auch, dass ihr wirklich vier Spieler in der Lobby sein müsst. Und falls ihr gerade keinen habt, der das Ganze mit euch machen wollt. Dann könnt ihr eure Gamer-Tags in die Kommentare schreiben. Damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Aber wenn ihr gerade auf der Playstation 4 spielt, dann könnt ihr auf jeden Fall meiner PS4-Community joinen. Denn dort findet ihr auf jeden Fall immer rund um die Uhr Spieler, Leute. Sogar um zwei Uhr nachts. Teilweise sehe ich sogar, dass manche in der Schulzeit wirklich in der Nacht noch zocken, Leute. Also dort findet ihr rund um die Uhr neue Spieler. Also mit denen ihr das Ganze machen könnt. 24-7 für euch am Start, Leute. Was will man mehr? Deswegen join einfach mal meiner PS4-Community. Dafür müsst ihr auf jeden Fall bei den Communities nach Gamerhood suchen. Und dann findet ihr direkt schon meine Community. Und da sind wir auch schon über 2000 Leute. Also nicht schwer, meine Community da zu finden. So Leute, aber nun seht ihr, ich bin hier mit vollen Spielern in dieser Sitzung. Also ich bin hier mit vier Spielern in dieser Lobby. Und ich weiß nicht, Leute, wenn ihr das Ganze mit 16 Spielern macht oder so, ob man da mehr Geld bekommt. Ich glaube nicht. Also ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, ob man dann pro Runde mehr Geld bekommt. So wie ihr seht hier gerade, ich bin zu viert in der Lobby. Und nun muss ich das Ganze auf jeden Fall starten. Und ich will euch gleich erzählen, wie man das Ganze auch macht. Leute, ihr seht hier gerade, ich bin jetzt im Spiel in der ersten Runde angekommen. So und was machen wir nun? Wir gehen jetzt zu einer Stelle, wo wir halt undercover unterwegs sind. Und wir müssen halt wie gesagt hier AFK sein. Also die erste Methode ist, dass wir hier bei AFK sind. Und ihr seht hier gerade, ich laufe hier irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin. Aber ich verstecke mich auf jeden Fall jetzt dort. Und nun könnt ihr zwei Sachen tun. Und zwar könnt ihr jetzt zum einen, wie im Video, euren rechten Stick von eurem Controller so befestigen, dass die Kamera sich halt die ganze Zeit dreht. Und das genauso wie im Video, damit ihr nicht vom Spiel gekickt werdet. Also dann würde sich die Kamera so wie im Video halt die ganze Zeit drehen. Und somit könntet ihr die ganze Zeit AFK sein, ohne irgendwie gekickt zu werden. So und wenn ihr das Ganze machen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall irgendwo hinzugehen, wo ihr undercover unterwegs seid. Damit die anderen Spieler euch halt nicht killen, Leute. Dann ist es hierbei so, dass die Spieler euch auf der Karte sehen. Und wenn ihr weit weg von der Map seid, dann werden euch nicht so viele Spieler töten, Leute. Und deswegen solltet ihr an dieser Stelle von der Map weit weg gehen, wie in meinem Fall hier. Ich verpisse mich auf jeden Fall von der Map, damit die anderen ihre Sachen machen können. Falls die nicht AFK sind, denn wenn alle AFK sind, Leute, dann könnt ihr wirklich alle AFK sein. Kein Problem, Leute. Aber wenn ihr das Ganze mit Randoms macht, dann solltet ihr auf jeden Fall irgendwo undercover unterwegs sein. So, Leute, aber die zweite Möglichkeit ist auf jeden Fall, dass ihr das Ganze so macht, dass ihr den linken Stick, wo ihr halt lauft, den einfach mal befestigt mit einem Gummiband oder sonstiges. Also ich habe auf jeden Fall in meinem Fall auch eine Stelle an meinem Fernseher, wo ich das Ganze so befestigen kann. Aber egal, Leute, ihr müsst auf jeden Fall den linken Stick befestigen, dass euer Charakter sich die ganze Zeit so wie im Video im Kreis dreht. Und wenn ihr das dann habt, dann werdet ihr auch nicht aus der Lobby gekickt. Und somit könnt ihr auch unendlich Geld machen, Leute. Ihr seid jetzt AFK und könnt in jeder Runde wirklich richtig viel Geld machen, Leute. Also auf jeden Fall eine richtig chillige Sache. So, aber wenn ihr das Ganze mit einem Freund macht, also mit drei Freunden, dann könnt ihr auf jeden Fall das Ganze so machen, dass euer Team einen Punkt hat, also dass jemand von eurem Team den Gegner erledigt. Und somit habt ihr auf jeden Fall einen Punkt, Leute. Und das solltet ihr auch machen, denn in jeder Runde sollte es einen Gewinner geben, da ihr ansonsten wirklich weniger Geld bekommt. Denn die Gewinner bekommen mehr Geld, aber wenn keiner der Gewinner ist, also wenn es zum Schluss 0 zu 0 steht, dann bekommt ihr nur beide das gleiche Geld. Aber wenn ihr das Ganze so macht, dass einer gewinnt, dann bekommt einer richtig viel Geld und der andere bekommt das Geld, was ihr bei Gleichstand bekommen hättet. Und Leute, deswegen solltet ihr das Ganze so machen, dass pro Runde halt ein anderes Team gewinnt. Also zum Beispiel in der Runde gewinnt mein Team und in der nächsten Runde dann das andere Team, damit ihr halt immer gleich viel Geld bekommt. Und ja, Freunde, ihr seht auch gleich, wie viel Geld ich bekommen habe. Also auf jeden Fall richtig easy. Ich musste hier einfach mal für acht Minuten umkreislaufen, also ganz Zeit AFK sein. Konnte meinen Controller einfach mal hinlegen und nichts tun. Und hier seht ihr auf jeden Fall, dass die Runde jetzt fast zu Ende ist. Und dieser Typ wollte hier ein bisschen cool sein, ein bisschen faxen machen, aber Leute, sei ihm gegönnt. Kein Problem. Aber ihr seht hier gerade, ich habe hier nach einer Runde 20.000 GTA-Dollar bekommen, Leute. Nach einer Runde, nach acht Minuten 20.000 GTA-Dollar und dazu einfach mal fette AP und zwar 3.600 AP. Richtig geile Sache, Leute. Die Gegner haben nur 10.000 Dollar bekommen und dann nur 1.800 AP. Aber Leute, 10.000 Dollar bekommen die jetzt. In der nächsten Runde werden die gewinnen und dann bekommt die 20.000 GTA-Dollar. Und wenn wir dann verlieren, bekommen wir 10.000 Dollar. Und so könnt ihr das auf jeden Fall rechnen. Jede zwei Runden bekommt ihr 30.000 GTA-Dollar. Auf sieben Runden gerechnet müssen das dann 100.000 GTA-Dollar sein. Also auf jeden Fall eine geile Sache, Leute. Und neben diesen 100.000, das war es noch nicht. Also diese 100.000 GTA-Dollar bekommt ihr easy, Leute. Aber zum Schluss, wenn ihr das Ganze durchzieht, dann bekommt ihr zum Schluss noch einen fetten Bonus, Leute. Da bekommt ihr auf jeden Fall richtig viel. Ihr habt bis zu 300.000 GTA-Dollar, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Also Leute, was wollt ihr mehr? Bei so einer Methode könnt ihr wirklich als Anfänger, ohne irgendetwas zu haben, als richtiger Billo, Leute, als richtiger, keine Ahnung was, einfach mal 300.000 GTA-Dollar machen. Und wenn ihr das Ganze in der Spiegeliste macht, dann könnt ihr das Ganze auf jeden Fall siebenmal hintereinander machen. Und deswegen merkt euch das Ganze einfach mal. Ihr bekommt einfach mal 100.000 GTA-Dollar, dann den fetten Bonus, und dann bekommt ihr zum Schluss ungefähr 300.000 GTA-Dollar. Das macht ihr jetzt siebenmal. Und Leute, das heißt, ihr bekommt, wenn ihr diese ganze Spiegeliste genauso macht, dann bekommt ihr am Ende der Spiegeliste einfach mal 7,14,1,20. Leute, 2,1 Millionen. Die Basis kostet knapp nur 1,2 Millionen oder so, wenn ihr da nichts auftunet. Und Leute, somit könnt ihr richtig fett Geld machen. Wenn ihr das Ganze einfach einmal macht, leuchtet ihr einfach mal nicht rumheulen. Macht das einfach mal den ganzen Tag und dann habt ihr schon genug Geld für die Basis und könnt halt die besten Money-Gilches machen beziehungsweise die besten Solo-Unlimited-Money-Gilches, wo ihr halt groß viel Geld bekommt, Leute. Wo ihr in wenigen Minuten Millionen bekommt, Leute. Also da müsst ihr wirklich einmal durchziehen. Macht das Ganze einfach mal. Als Einflieger bleibt euch eh nichts anderes übrig. Und dann habt ihr genug Geld für alles. Wenn ihr dann die Basis habt und die Money-Gilches macht, dann könnt ihr euch eh alles kaufen in GTA 5 Online, Leute. Deswegen, was wollt ihr mehr? Richtig fette Geld-Methode. Und ihr seht gerade im Hintergrund, wie ich das Ganze weitermache. Und wie ihr hier wieder gesehen habt, habe ich einfach mal wieder 20.000 GTA-Dollar bekommen, weil ich das Ganze hier gewonnen habe. Also Leute, ihr könnt das auf jeden Fall so machen, dass ihr euch abwechselt. Aber wenn eure Freunde so, Leute, wenn die einfach mal keinen Bock haben, irgendwie zu gewinnen oder so und ganz halt AFK sein wollt, dann könnt ihr die ganze Zeit einfach mal einmal erledigen und dann immer pro Runde 20.000 GTA-Dollar bekommen. Leute, ganz easy. Mit dieser Methode macht ihr richtig viel Geld. Deswegen macht das Ganze unbedingt. Aber ihr seht gleich, wie viel Geld ich am Ende bekommen habe. Aber zuvor kam mir auf jeden Fall was dazwischen. Und zwar am Ende der Runde, Leute. Was hat einer gemacht? Leute, er hat einfach mal das Spiel verlassen. Somit habe ich das Ganze umsonst gemacht. Ich habe das 2-3 Mal versucht. Aber ein paar Leute haben sich immer gedacht, dass sie das Ganze verlassen. Haben irgendwie nicht gecheckt, dass ich ein Video machen wollte. Nein, Leute. Juckt ihr nicht. ASK, aber kommen wir auf jeden Fall nun dazu, wie viel Geld ihr ungefähr machen könnt. Dann ist es auf jeden Fall so, dass ihr in fast jedem Gegner-Modus, wo ihr doppeltes Geld und doppelt HP habt, ähnlich viel verdient. Und deswegen habe ich euch einfach mal von einem anderen Gegner-Modus gezeigt, wie viel Geld ich dort bekommen habe. Und so viel Geld werdet ihr auch ungefähr bekommen. Bei diesem Gegner-Modus sogar ein bisschen mehr, da ihr hier wirklich mehr Geld bekommt. Ja, Leute. Und ihr seht hier gerade bei einem anderen Gameplay, hier musste man genau das Gleiche tun. Dort hat sich auch doppeltes Geld und doppelt HP. Auf dem Gegner-Modus, da musste ich einfach mal meinen linken Stick so befestigen, dass ich mich einfach mal wie in diesem Fall hier im Kreis drehe. Das habe ich auch gemacht, Leute. Und ey, Alter, was ich gerade sehe, auf dieses Video, wo ich das Ganze halt hochgeladen habe, habe ich einfach mal im Moment dran 40.000 Aufrufe und mehr als 1.000 Likes. Ey, ihr seid einfach mal zu krass. Fette Props gehen an euch raus, Leute. Bei 20.000 Abonnenten kommt ein richtig fettes Gewinnspiel, ey. Ihr seid einfach nur zu krass. Aber ihr seht gerade im Hintergrund, wie viel Geld ich gleich bekommen habe. Hier seht ihr auf jeden Fall Gewinner. Ich bekomme hier 16 Jobpunkte und dann einfach mal 285.350 Dollar und 37.600 RP, Leute. Und bei dem aktuellen Gegner-Modus bekommt ihr sogar mehr Geld, weil ihr da nur 8 Minuten pro Runde braucht und nicht 10 Minuten, wie in diesem Fall hier im Hintergrund, sondern halt nur 8 Minuten, Leute. Also merkt euch, Leute, diese Methode ist richtig heftig. Ihr könnt das Ganze noch für eine Woche machen. Also wirklich, verliert keine Zeit. Macht das Ganze am besten, so schnell wie es nur geht. Und dann könnt ihr auch richtig viel Geld in GTA 5 oder 1 machen. Okay, aber hat dir das Ganze gefallen? Wenn ja, dann zeig es mir doch einfach mal mit einem Daumen nach oben. Falls du günstige Spiele kaufen willst, wie zum Beispiel GTA, für unter 20 Euro, glaube ich, momentan, oder halt für 25 Euro. Das ist auf jeden Fall immer billig, Leute. Dann schaut euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung vorbei, denn dort findet ihr nämlich richtig geile Sachen, wie zum Beispiel gerade momentan einen fetten Rabatt auf eine 50 Euro Playstation Karte. Die könnt ihr einfach mal für 45 Euro kaufen. Leute, einfach mal einen 5 Euro Rabatt auf irgendeine Sache, wo es eigentlich gar keinen Rabatt geben könnte. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Der Link zu der Seite ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Okay, aber was bleibt noch zu sagen? Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, du Pisser. Und jetzt würde ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid die Besten. Und ciao, Leute.